Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Command & Conquer Triberium Wars. So, wollen wir erstmal Langley oder Hampton Roads zurückerobern? Ich denke mal, ich nehme erstmal Langley. Not konnte unsere Luftunterstützung ausschalten. Wir holen sie uns aber zurück. Am besten landen sie vom Wasser aus in der Nähe eines kleinen GDI-Vorpostens, der noch durchhält. Dort bereiten sie einen Angriff vor. Ich sorge für Marineunterstützung. Okay, mach das. Mission spielen. So, und let's go. Verstärkungen bereit. Empfangen Nachricht. Diese GDI-Basis ist das letzte Widerstandsnest in dem Gebiet. Schalten Sie die angreifenden Nord-Truppen aus, um sie zu übernehmen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Na komm, mach mal hier ein bisschen hin. Kann auch nicht so schwer sein. Ja, wir sind unterwegs. Dahinten noch die Letzten. Okay. Nähern uns dem Feind. Das ausfeuchern. Neue Bauoptionen. Sammler wird angegriffen. Hohe Tiberium-Belustung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Das Oberkommando hat schnell reagiert. Empfangene Bravo-Einheiten sind in der Stadt versprengt. Finden Sie sie. Okay. Kommander, es gibt noch zwei intakte Landeplattformen. Wenn wir sie zurückerobern, haben wir Luftunterstützung durch die Orca. Ja, ist das super. Initialisiere Video-Uplink. Kommander, die Landeplattformen werden angegriffen. Retten Sie die wichtigsten Gebäude, so schnell es irgendwie geht. Ja, verstanden ist er. Wir könnten da reingehen und dann ein Ziel markieren. Die Scharfschützen der GDI können mögliche Artillerieziele markieren. Wählen Sie das Schlachtschiff oder ein Artilleriegeschütz aus und aktivieren Sie es mit einem Klick auf den Bombardement-Button. Bleiben außer Sicht. Okay. Ziel gehen. Und Feuer! Ein Held wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir werden ja hier schon wieder von überall angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Ausgeben. Wen sollen wir neutralisieren? Infanterie-Truppe reit! Dort nisten wir uns ein. Infanterie-Truppe reit! Infanterie-Truppe reit! So. Nicht nachlassen! Infanterie-Truppe reit! Einheit wird angegriffen. Das ist alles verpasst. Sammler wird angegriffen. Wird repariert. Melden uns zum Dienst. Ausschwerden uns dem Feind. So, komm. Die machen wir auch noch weg. Bewegung! Kurz. Sieht hier schon ein bisschen besser aus. Wird repariert. Wird repariert. Feindliche Einheiten in Sicht. Von? Da oben. Okay. Gut. Wird repariert. Falsch verklickt hier. Machen wir mal hier einen Sammelpunkt. Ausbildung. Zwei und eins. Infanterie-Truppe reit! Machen wir mal lieber so. Infanterie-Truppe reit! Haltet die Waffen bereit! So. Melden uns zum Dienst! Reiter! Raketentruppe einsatzbereit! Raketentruppe aufgepasst! Faltliche Einheiten in dich! Grenadier-Truppe reit! Jupp! Okay, Männer! Rinder mit euch! Raketentruppe einsatzbereit! Raketentruppe kampfbereit! Ihr Raketentruppe rein! Haltet die Waffen bereit! Grenadier-Truppe rein! Wir sind bereit! Neues Krimus-Ziel! Wir nehmen es ein! In der Stadt westlich von Ihrer Position steht eine Raffinerie. Nehmen Sie sie ein, um Ihre Einkünfte und die zusätzlichen Ressourcen zu erhöhen. Jo, machen wir mal! Schnell, das Gebäude! Genau, schnell in das Gebäude! Ausbildung! So, machen wir hier nochmal ein paar. Raketentruppe einsatzbereit! Hier geht man bitte wieder raus! Wo ist unser nächstes Ziel? Gegner in der Nähe! Wir rücken vor! Nehmen neue Positionen ein! Grenadier-Truppe bereit! Wir rücken vor! So! Bodenunterstützung! Raketentruppe einsatzbereit! Alles klar! Ne, 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 ne! Bewegung! Lauf, 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 lauf! Oh Gott! Grenadier-Truppe bereit! Melden uns zum Dienst! Ähm, da kommen die nächsten Truppen. Da müsste ich freiräumen. Ich kann ja auch keine Verteidigung so weit ausbauen. Aber so passt das. Gebäude wird gesichert! Verstanden, Commander! Was macht der Wurfarm? Ja, ich weiß nicht, was der macht. Raketentruppe kampfbereit! Da rein, Raketentruppe! Haltet die Waffen bereit! So! Erwarten Befehle! Und so. Nehmen wir hier mal ein bisschen mehr ein. Gut, dann brauchen wir wieder... Ausbildung! Zack, 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 zack! Raketentruppe einsatzbereit! Ich kann Panzer bauen. Pitbulls können wir bauen und WMTs. Grenadiertruppe bereit! Gut. Dann den nächsten Rutsch. Bodenunterstützung! Infanterietruppe bereit! Gebäude einnehmen! Nächste Gebäude einnehmen! Raketentruppe einsatzbereit! Scharfschützen-Team bereit! Okay. Ziel wählen! Dafür brauche ich denn, denke ich mal, BMTs. Grenadiertruppe bereit! Ziel wählen! Ziel wählen! Da steht ja noch was Böses! Okay. Das Gebäude ist noch besetzt. Haltet die Waffen bereit! So, geht mal ein Stück beiseite. Okay. Die gehen dann nicht gegen vor. Das ist super. Ausbilden! Dann brauchen wir mal drei BMTs. Und, äh... Ausbildung! Bau unterbrochen! Abgebrochen! Ausbildung! BMT einsatzbereit! So. Komm, machen wir mal ein bisschen hin, ne? Dann bin wir die Gebäude einsatzbereit! Gebäude uns hier schaffen. Renadiertruppe! BMT einsatzbereit! Renadiertruppe bereit! Ist okay! Einmal noch. Er hat die Gebäude einsatzbereit! Renadiertruppe bereit! Oh, nö! Ist das jetzt wirklich euer Ernst hier? Mir meine Einheiten jetzt hier schon zu klauen? Sie haben keine Chance! Ach. Glauben tue ich das jetzt mal nicht. Es kann losgehen! Näher uns Ziel! Ihr müsst jetzt einmal da oben hoch. Melden uns zum Dienst! Ihr seid schon geschwächt, deswegen... Gebäude sichern! Gebäude sichern! Ausbildung! Nächsten Rutsch! Einheit wird angewiesen! Aufwand! Bravo 1 meldet sich zum Dienst! Unterwegs! Einheit befördert! Okay. Raketentruppe einsatzbereit! Oh, Grenadiere! Noch zwei Bravo Teams im Stadtgebiet, Commander! Unsere Befehle! Okay. Grenadiertruppe bereit! So, jetzt mal das Bravo Team mal hier hoch. Bleiben wir außer Sicht! Truppentransporter! Gut. Unterwegs! Weiter! Bodenunterstützung! Gebäude wird gesichert! So, das Gebäude nehmen wir jetzt ein. Dann ist hier noch ein Gebäude. Dann haben wir die obere Seite eigentlich an und für sich recht. Ausbildung! Infanterietruppe bereit! Na, nicht über das Triberium drüber latschen, ne? Das ist nicht so gut. Raketentruppe einsatzbereit! So. Es kann losgehen! Schau mal das Gebäude aus. Haltet ihr Truppe bereit! Kommt! Näher an uns Ziel! Gibt Stoff! Unterwegs! Einheit wird angewiesen! Dann schmeißen! Und zurück! Feindliche Einheiten in sich! Infanterietruppe! Wir wollen es sicher! Da können sie uns von Luft da auch nicht so leicht angreifen. Dann holen wir uns jetzt die nächsten... Ausbildung! ...die wir jetzt hier reinschicken. Infanterietruppe bereit! Wir bunkern uns jetzt hier richtig am Strand zu. Raketentruppe einsatzbereit! So, kann ich jetzt wieder hier hinsetzen, den Sammelpunkt? Grenadiertruppe bereit! Ja, ja! Hä? Gebäude wird gesichert! Das will ich auch hoffen! Ausbildung! Nächster Rutsch! Feindliche Einheiten in sich! Infanterietruppe bereit! Von wo? Von oben, ne? Einheit wird angegriffen! Raketentruppe einsatzbereit! Ah! Kommt! Ich hoffe ihr seid durchgekommen! Feindliche Stützpunkt in sich! Grenadiertruppe bereit! Ah, da oben! Und sonst ist hier nur noch unten eins! Ja! Ja, wunderbar! Das passt! Die machen da alles schön weg! Melden uns zum Dienst! So, ihr dürft jetzt hier unten einmal rein! Gebäude sichern! Nehmen wir erstmal das mittlere! Ausbildung! Dann das nächste! WMT erwartet Befehle! Infanterietruppe bereit! Und ihr geht jetzt mal da hinten! Unterwegs! Alle zu die Straße! Raketentruppe einsatzbereit! Stoff geben! Unterwegs! Nähern uns Ziel! Operation läuft! Nähern uns Ziel! Haltet durch! Nähern uns Ziel! Freiräumen! Operation läuft! Feindliche Einheiten in Sicht! Nähern uns Ziel! Und jetzt hier oben nochmal freiräumen! Hier Bravo 2! Vorsichtig! Hier wimmelt es nämlich von Nordeinheiten! Jupp! Unterwegs! Wir räuchern sie gerade alle aus! Wir kommen! Noch ein Bravo im Stadtgebiet, Commander! Durch! Jo! Einheit wird angegriffen! Im Schirm, einen von uns zu sehen! Bonus-Ziel erreicht! Geheimdienstdaten aktualisiert! Gut! Geht erstmal hier rein! Und hier bräuchte ich das Bravo-Schaffschützen-Team! Das muss hier mal ein bisschen rankrautschen! Damit ich da vorne in den Turm ausschalten kann! Nehmen neue Position ein! Okay! Ziel Gehlen! Feindliche Einheiten in Sicht! Empfange Nachricht! Empfange Nachricht! Nord kontrolliert das Gebiet mit einem großen Stützpunkt im Nordwesten! Der Stützpunkt ist gut gegen Bodenangriffe gesichert! Ausbildung! Gut! Dann bauen wir uns noch weiter aus! Ausbildung! Die BMTs werden gerade... Infanterietrop bereit! Raketentrop einsatzbereit! Hier muss noch irgendwo einer stehen! Ist das Gebiet sicher? Noch nicht ganz! Roger! Wir rücken jetzt vor! Grenadiertruppe rein! Tendliche Einheiten in Sicht! So! Boom! Gut! Das Ding muss ich jetzt gleich einnehmen! Also sprich, muss ich mich jetzt hier mal beeilen mit... Bodenunterstützung! ...den Rest übernehmen! Gebäude sichern! Jupp! Ausbildung! Und ein Ingenieur! Infanterietruppe bereit! Raketentruppe einsatzbereit! Gut! Sieht gut aus bis jetzt! Grenadiertruppe bereit! Haltet die Waffen bereit! Jupp! Halten wir! Ich hab Ihre Code! Gebäude wird gesichert! Gut! Alles bereit! Alles bereit! Jupp! Glaube ich dir! Bereite Kontrollcodes vor! Ausbildung! Dann hier nochmal ein bisschen Absicherung! Infanterietruppe bereit! Damit ist das Sammlerfeld zugehalten! Raketentruppe einsatzbereit! Sibiriumfeld abgebaut! Und das... Grenadiertruppe bereit! Einheit bereit! Dann nehmen wir lieber das hier an! Weil das halt näher zur Strafe zeigt! Das hier kann ja kaum schießen! Feindliche Einheiten in sich! Auch das werden wir auch noch verlassen! Und nehmen wir uns doch für das hier! Falls Flügeinheiten von hinten kommen wollen! Ja, Sir! Gebäude eingenommen! Bonus-Ziel erreicht! Gebäude sichern! Gebäude sichern! Na dann leg mal los hier! Ausbildung! Und einen Trupp brauchen wir noch! Infanterietruppe bereit! Wenn wir die beiden dann haben, dann dürfte das... Raketentruppe einsatzbereit! Können wir eigentlich schon wieder loslegen! Okay, jetzt schießen die schon auf das Gebäude hier! Grenadiertruppe bereit! Was geht denn los? Die schießen so komisch! BMT, wie ist der Plan? So, schicken wir aber die BMTs nach vorne! Melden uns zum Dienst! Und hier... Gebäude einnehmen! Genau, das Gebäude einnehmen! Einheit wird angegriffen! Denn hier... Ausbildung! Wir brauchen mal zwei Pitbulls! Drei davon! Feindliche Einheiten in sich! Ausbildung! Ein davon! Pitbull ist einsatzbereit! Infanterietruppe bereit! Okay! Und das... Pitbull ist einsatzbereit! Hier oben ist die... Basis! Grenadiertruppe bereit! Hohe Tiberium belastet! BMT, einsatzbereit! Äh, von wo, von wo, von wo? Grenadiertruppe bereit! Ach, ja! Unzureichende Mittel! Ihr musstet ja natürlich auch... BMT, einsatzbereit! ... das Kiberiumfeld drüber latschen, ne? Sie hättet es ja nicht anders lösen können! BMT, einsatzbereit! Gut! Feindliche Einheiten in sich! Grenadiertruppe! Seid vorsichtig! Sie haben keine Chance! Ja, Sir! Rein hier! Verstanden! Und rein hier! Es kann losgehen! So! Ausbildung! Kommander! Unterwegs! Infanterietruppe bereit! Kurz alle richtig sammeln! Raketentruppe einsatzbereit! Na komm! Jetzt will ich das nach vorne einnehmen! Also hier das Gebäude! BMT erwartet Befehle! Und die BMTs abziehen, denn... Die mit zum Angriff nutzen! Melden uns zum Dienst! Gebäude wird gesichert! So! Ich schicke mich das... Gruppentransporter! Gebäude! BMT erwartet Befehle! So! Und jetzt geht's los! Bereit für Angriff! So! Haltet durch! Und weiter, weiter, weiter! Unterwegs! Zeigen wir es Ihnen! So! Und... Nöpots! Nieder mit Ihnen! Feindliche Einheiten in sich! Operation läuft! Unterwegs! Nöpots! Näher an uns Ziel! Mal kurz gucken! Wir kommen! Nichts weiter gut machen! Operation läuft! Ah, hier! Ich sehe... Wer reit für Angriff! Einheit wird angegriffen! Zeigen wir es Ihnen! Deswegen halte ich gut, dass wir fitfalls bei sind! Wir kommen! Also können wir uns ein bisschen wehren! Unterwegs! Wer reit für Angriff! Wir müssen jetzt hier den Rest wegmachen! Feuer! Einheit verloren! Einheit befördert! Macht Sie fertig! So, machen alles platt hier! Zum Angriff! Einheit wird angegriffen! Initialisiere Video-Aktik! Die Landeplattform ist gesichert, Commander! Jetzt schicken wir Ihnen die Orcas! Nehmen Sie sie ruhig in Anspruch und schalten Sie diesen Not-Stützboot aus! Danke für den Landeplatz, Commander! Wir hatten fast kein Kerosin mehr! Skrölgeschwader! Holen wir dem Commander die Landeplattform zurück! Heimdienstdaten aktualisiert! Pilot hier! Kommando, durch Sicherung der Landeplattform stehen uns jetzt Transporter zur Verfügung! Das bedeutet, dass Ihre Infanteristen und die meisten Ihrer Fahrzeuge ab sofort die Möglichkeit haben, Orc-Transporter anfordern zu können! Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden! Einsatzbereit! Okay, cool! So, dann wollen wir aber erst mal mit den Orcas hier ein bisschen Remi-Demmi machen! Feindliche Stützpunkt in Sicht! Raketen ausklinken! Pilot hier! Nähere mich zielen! So! Ocker-Einheit! Luftwege frei! Raketen ausklinken! Ah, hat nicht ganz gereicht! Wir feuern jetzt Raketen ab, Sir! Ja, dann mach was! So, dann ist die Defense schon mal deutlich geschwächt! Gut! Ausbildung! Dann mach ich mal hier 10 Stück von! Ah, die halten sich gar nicht mal so schlecht hier, auch gegen die Panzer! Pitbull ist einsatzbereit! Pilot hier! So, der ist wieder voll! Dann wieder ganz klar! Orca, einsatzbereit! Pitbull ist einsatzbereit! Und fliegt los! Orcas! Feindliche Stützpunkt in Sicht! Pitbull ist einsatzbereit! Na komm, das kriegt den Lockerhelden hier! Pitbull ist einsatzbereit! Verstanden! Orca ist unterwegs! Okay, und wieder zurück! Zurück zum Nachladen! Genau! Pitbull ist einsatzbereit! Pitbull ist einsatzbereit! Easy going! Orca, bereits, Sir! Okay, das will ich hören! Greifen an! Pitbull ist einsatzbereit! Schwer anflug! Orca, einsatzbereit! So, und ihr seid auch wieder voll! Wunderbar! Pitbull ist einsatzbereit! Orca unterwegs! Ziel kommt schnell leer! Ja! Pitbull ist einsatzbereit! Orca! Angriff! Einheit wird angegriffen! Okay! Das ist aber nicht weiter schlimm! Pitbull ist einsatzbereit! Einsatzziel erreicht! Ball, alles kaputt! Mission erfolgreich! Gut! Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Ende! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Command & Conquer wieder! Also, bis denn! Wir sehen uns dann in der nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020